Wer jetzt kommt, ist für mich auch ein Musiker, ich würde nicht sagen Rapper, weil er ist mehr oder weniger schon für mich, oder war immer schon mehr so ein Musiker für mich. Das ist Max Herre, der Frontman von Freundeskreis und der hat einen ganz Orgeneinschlag gemacht, weil er sich von Hip-Hop entfernt hat und sich dem Songwriting gewidmet hat. Und was ich irgendwie cool finde, weil muss ja nicht jeder immer sein Leben lang das gleiche machen. Max Herre hat mich immer schon inspiriert und vielleicht haben wir das auch bei manchen Songs bei mir. Und jetzt kommt ein Song, der heißt Scherben, der eben davon handelt, von einer misslungenen Beziehung, also nicht misslungen, also im Endeffekt einer Beziehung, die dann beendet wurde. Und irgendwie ein Video, was irgendwie sehr ästhetisch ist, finde ich. Check it out.